Für die, wie kann man sagen, Kulturolympiade als die Brücke miteinander leben, einander verstehen und für die kulturelle Vielfalt, für die Zukunft zusammenleben. Was verstehst du unter dieser Kulturolympiade? Also ich finde, weil deutsche und türkische Schüler halt zusammen hier hinkommen und halt auch von einer angewiesen sind und zusammen halt zu einem Projekt zusammenarbeiten, finde ich, das ist die perfekte Möglichkeit, halt neue Freundschaften zu schließen und meine neue Kulturen, meine andere Kulturen zu schließen und das ist die ganze Zusammenhalt. Also, als Türkei, eine Motto, was du, was du, was du, was du für die Kulturelle Olympiade, was du, 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 was du? Also, ich finde, wir haben viele Freunde, wir haben, wir kennen uns mit anderen Menschen, und wir haben uns sehr gut gemacht, das ist ein ein Freitag. und wirklich her sene sehr gut geworden ist. Wir haben auch sehr viel Spaß gemacht. Für die Kürt organisiert, Akademi Derneği, Eren Amplik, Fahri'de arbeiten. Sie sagen, 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 Sie sagen. Sie sagen, 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 Sie